Ja, wir sind ja von der Traditionsgesellschaft KG Fidede-Jungen aus Sindorffs. Genau, und die sind ja immer unterwegs und ich hatte ja schon öfter gesehen, auch im Dom Hauptbahnhof am Panspokal, jetzt auch heute hier. Und was ist eigentlich das Besondere an so einem Panspokal? Ach, einfach das ganze Drumherum, dass viele Menschen uns sehen, die Kinder haben Spaß schon während der Bahnfahrt oder wenn wir mit den Eltern zusammen fahren, das ganze Drumherum macht da schon Spaß. Ist das vielleicht auch das Besondere, dass bei so einem Panspokal alle gucken und nicht nur wie bei einer Sitzung so Leute, die dann Eintritt bezahlt haben? Ja, die bleiben ja alle stehen, also gerade im Hauptbahnhof ist ja alles das, was da Durchgangsverkehr ist, die bleiben alle stehen, machen Fotos, filmen, sprechen uns an und da haben auch die Kinder ihren Spaß bei. Gibt es eigentlich für Sie einen Unterschied zwischen Hürthpark und Hauptbahnhof oder ist das hier so ähnlich? Wir waren jetzt das erste Mal hier im Hürthpark, aber ich denke das ist schon sehr ähnlich. Ja. Gibt es eigentlich noch mehr Veranstaltungen so in der Art? Nicht, dass ich wüsste. Also? Fanspokal und hier das jetzt. Aber hier sind wir auch das erste Mal erst. Wo seid ihr denn noch unterwegs dieses Jahr? Jetzt sind wir noch am Samstag in Köln bei dem Tanzgruppen-Flashmob. Dann sind wir noch in Kerpen-Mannheim auf der Kindersitzung in Sindorf. Und das war's glaube ich. Noch einmal im Jugendzentrum Sindorf und dann sind wir durch. Wie lange muss man eigentlich so trainieren, um bei so einer Gruppe mittanzen zu können? Wir fangen nach Ostern an und dann bis Karneval. Und wie viele Stunden sind da so in der Woche? Die haben eine Stunde Training in der Woche. Und die Garda hat dann schon anderthalb, also drei Stunden in der Woche Training. Also liebe Zuschauer, Karneval ist nicht nur Spaß, sondern auch ein bisschen Arbeit. Ja, ganz viel Arbeit schon. Okay, dann wünsche ich noch viel Erfolg in der Saison und schöne Auftritte. Und vielleicht sieht man sich ja noch mal irgendwo auf dem Penspokal. Ja, vielleicht am Montag. Vielen Dank.